Hallo, mein Name ist Ruben Dennenwald, wir sind hier auf der CeBIT 2014 bei SanDisk und was ich hier habe, ist eines unserer neuen Produkte. Das ist der SanDisk USB 3.0 Extreme Pro Stick, ist sozusagen unser Nonplusultra, was wir im Moment an USB-Sticks haben, wahnsinnig schnell, super zuverlässig, Kapazität 128 GB und das Tolle an diesem Stick ist, dass er ganz wahnsinnige Schreibgeschwindigkeiten unterstützt. Das heißt, wir haben im Lesebereich schon 260 MB pro Sekunde, das ist schon gut, aber richtig interessant wird es wirklich beim Schreiben, da kommen wir auf 240 MB pro Sekunde, das ist ein sehr, sehr guter Wert, das ist ein unglaublich schneller Stick und damit macht es richtig Spaß zu arbeiten. Wenn ich also ein schnelles Notebook habe, zum Beispiel ein Ultrabook oder ein MacBook Pro, MacBook Air, also tatsächlich ein Notebook, das USB 3.0 fähig ist und eine schnelle SSD drin hat im besten Fall, dann kann ich hier wahnsinnig schnell Dateien hin und her schieben. Gerade bei neuen Formaten oder gerade bei allem, was wir an Full HD im Moment sehen, bei großen Files wie MKV-Files, die gerne dann auch mal für einen einzelnen Film zwischen 5 und 10 GB groß sein können, kommt dieser Stick voll zum Tragen, weil diese Files in der Größe kann ich tatsächlich mit dem Extreme Pro USB 3.0 Stick wirklich schnell hin und her schieben. Also der ist ab sofort verfügbar, unser Preis für diesen, unsere unverbindliche Preisempfehlung von Sandisk für den Stick ist 199 Euro. Der hat mich dann immer wieder, das ist ab sofort verfügbar, wie bei den Sieg von ganz Bremien auf der anderen Seite sehr, dass du die Steigl задачstätten ist. Also der ist ein sehr guter Wert, das ist ein sehr guter Wert, das ist ein ganzes Grunde, das ein sehr guter Wert.